Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Base. Ja, da hinten das Ding ist immer noch im Arsch. Wieso ist das im Arsch? Ich glaube da ist ein Blitz eingeschlagen, wenn ich mich nicht verguckt hatte. Vier Leute sind noch hier. Okay. Ah, schon 75 Dollar. Das ist ja schon mal... Das ist ja wie... Ah, ist gestorben. Okay. Nur noch drei. So, verzeiht mir, ich bin immer noch erkältet. Aber das Schlimme ist jetzt nicht die Erkältung an sich, sondern... Achso, ich wollte gerade sagen, habe ich da weggeschickt oder nicht? Nicht die Erkältung selber, sondern eben, dass ich zwischendurch einfach voll anfange zu husten. Ich werde versuchen, es so wenig wie möglich vorkommen zu lassen, dass ich huste. Aber ich kann es halt nicht versprechen. Weil ich kann so schnell mein Mikrofon nicht ausmachen. Ich muss das mal auf eine Taste legen, damit ich da schneller drankomme oder so. Habe ich überhaupt das Mikrofon an? Jo, ist an. Seht ihr, das war jetzt auch noch so eine Frage. Ach nee, ey. So. Hier sind doch gar keine Verletzten mehr. Was ist denn los? Da eine liegt da noch. Zwei Besucher, aber... Ja, mach fertig, damit das da wieder läuft. Wir brauchen Strom. So, ich habe nachgeguckt, das ist die elfte Folge. Ist das jetzt dein Ernst oder was? Kommt ein anderer, macht weiter. Es ist die elfte Folge heute. Das heißt, wir haben nur noch, abgesehen von dieser hier, vier weitere Folgen. Dann ist dieser Planet für mich auch schon durch. Das heißt natürlich, vier Folgen, lass mich mal eben kurz überlegen. Das ist nächste Woche nicht mal mehr ganz die Woche. Dann wird wahrscheinlich ein neues Projekt wieder gestartet. Sehr wahrscheinlich sogar. Was für eins? Stellt auch schon fest. The Forest hat sich viel getan. Und deswegen werde ich das auch wieder aufnehmen. Aber jetzt erstmal geht es weiter hier drum. Wir müssen noch ein weiteres Biodom bauen. 150 Münzen. Juhu. Hat sich doch schon gelohnt. Ne? So, es wird repariert. Juhu. Endlich. Der hier wird auch repariert. Der hier ist noch exzellent. Was ist mit dem hier? Exzellent. 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 Wunderbar. Das ist also nur die beiden, die kaputt gegangen sind. Dann bin ich ja zufrieden. Weil dann produziert der nämlich jetzt auch wieder Strom. Was sehr schön ist. Also er produziert schon. Aber eben nicht genügend. Deswegen, ich räusper mich auch immer ein bisschen. Deswegen tut mir echt leid, Leute. Achso, die Batterie ist noch nicht ganz voll. Die sah so voll aus. Es ist halt wenig Strom jetzt gerade. Zack. Strom ist voll. Hier geht der Rest rein. Wunderbar. Wäre schön, wenn wir die drei Batterien hier voll kriegen. Dann weiß ich, das reicht auf jeden Fall für die Nacht. Gucken wir mal. Na, wird knapp. Wird wahrscheinlich eher nix. Aber das macht gar nix. Denn auch mit zwei hat es ja fast gereicht. Es fehlt ja immer noch ein bisschen. Und das bisschen haben wir jetzt hier drinnen schon. Gut, dann können wir uns jetzt weiter konzentrieren auf was anderes zu bauen. Und zwar haben wir ein Metall, aber das ist gerade nicht frei. Das heißt, wir müssen erstmal wieder sagen, hey Leute, ihr müsst... Hoppala. Ihr müsst in die Mine rein. Damit macht ihr übrigens Gebäude aus, ne? Also, ihr könnt auch sagen, hey, das Gebäude jetzt hier? Kein Strom. Dann kriegt er keinen Strom. Man kann da nichts drinnen machen, ne? Entschuldigung, ganz knapp. Ich verstehe das nicht. Warum der hier mal hier hinten einschlägt und so? Warum schlägt der nicht direkt hier rein? Hier. Hier musst du hin. Was ich auch noch kurz mal so sagen wollte, ist, vielen Dank dafür, dass ihr hier so fleißig zugeguckt habt. Vielleicht konnte ich euch den einen oder anderen Tipp mal geben bei diesem Spiel. Oh, guck mal, ist sogar voll geworden fast. Wie gesagt, vielleicht konnte ich euch den einen oder anderen Tipp mal geben für dieses Spiel. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch da weiterhelfen konnte. Nein, nur schon mal so am Rande. Es wird auf jeden Fall einen Planeten geben. Ich nehme an, dass ich den ersten nehmen werde, um eben mal ein bisschen was zu zeigen. Und zwar halt alles bauen, was wir überhaupt zur Verfügung haben. Wir haben ja hier noch so Pyramide und den Monolith vor allen Dingen. Den würde ich mal bauen. Und hier hatten wir ja eigentlich schon immer alles, aber eben alles in groß. Wir bauen dann mal alles in groß und sollte das auch echt gar kein Problem sein, zu überleben. Und dann will ich auch gucken, dass wir so 100, 150, vielleicht auch 400 Leute auf unserem Planet kriegen, auf unsere Siedlung. Aber das ist, wie gesagt, erstmal kommt The Forest und dann kommt vielleicht noch ein anderes Projekt erstmal dazwischen. Also Planet Base muss erstmal ein bisschen ruhen. Updates gibt es da sowieso eher selten bei Planet Base. So, die Leute gehen wieder in die Mien. Das finde ich super. Okay, Plastik haben wir eigentlich echt genug. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch an Metall. Tja, die würde ich gerne bauen. Können wir uns auch rein theoretisch eigentlich erlauben? Ah, wo meine... Ja, der ist natürlich gar nicht so übel, aber tschüss. Wie sieht es überhaupt mit unseren Pflanzen aus? Schlecht, anständig, anständig. Gefällt mir jetzt ja nicht ganz so gut, aber dafür ist es hier wenigstens exzellent, exzellent. Exzellent, exzellent, exzellent. Gut. Naja, okay. Das ist in Ordnung. So, hier ist sogar alles schon drinne für... Zählt eigentlich nur noch die Heilpflanze. Aber gut. Strom sieht eigentlich recht super aus. Wasser, mal eben kurz gucken. Oh, passt. Wunderbar. Da muss man immer drauf achten. Ich habe das jetzt schon sehr lange nicht mehr drauf geachtet auf Wasser. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So, jetzt haben wir mal absoluten Nullstrom, den wir einnehmen. Macht er erst den da hinten leer. Okay. Aber es wird jetzt gleich auch schon wieder Tag. Ja, man kann das sehen. Der Planet wird halt etwas rödlicher. Geht da hinten gleich wieder die Sonne auf. Und natürlich ist genau zu Tagesanbruch. Erstmal schön am Regnen. Aber wir produzieren schon wieder Strom. Aber wobei die Wolken auch noch nicht so ganz trübung sind. So, das ist natürlich schön. Wir machen gerade 200 Strom. Das heißt, 103 gehen direkt hier rein. Mehr sogar. Na gut. Jetzt natürlich nicht mehr so viel. Weil die Trübung halt eben doch zu stark ist. Das nimmt natürlich immer mehr ab. Wobei die drei immer noch fast 120 Strom herstellen. Und die hier stellen fast gar nichts her. Also es ist... Wenn er sich bei 30 einpendelt, machen wir Minus. Na ja, weil da haben wir 90. Wir brauchen 97. Ist nicht so ganz einfach. Aber wir haben hier die Batterie. Die ist fast voll. Die ist auch noch recht voll. Und die hier füllt sich gerade. So, jetzt bleibt der Wind komplett stehen. Und wir haben nur noch 90. Das fällt aber auch weiter runter. 99% Tübung. Trübung. Tübung. Hört sich auch gut an. Tübung, ey. Ey, von Tübung, ey. So. Wir machen nicht viel Minus. Aber wir sind so ein bisschen Minus. Das ist natürlich nicht... Was heißt hier eigentlich wenigstens? Wir machen leider ein bisschen Minus trotzdem. Aber bleibt halt nicht aus. Aber selbst wenn jetzt kein Strom mehr reinkommt, müssten wir eigentlich die Nacht über klarkommen. Aber ich hoffe natürlich, dass die Trübung jetzt gleich ein bisschen wieder weg geht. Ja, sie geht zurück. Das heißt, wir nehmen auch gleich wieder ein bisschen mehr Strom ein. Aber der Tag ist auch nicht mehr so lang. Wir machen jetzt schon Plus. Das ist sehr schön. Wäre halt schön, wenn mal alle drei voll werden. Braucht ihr nur einmal Blitz hier einschlagen, oder da? So. Ja, aber wie schaut es aus mit Metall? Drei Metall haben wir frei. Davon haben wir so viel frei. Alles klar. Dann würde ich doch sagen, bauen wir mal das Biodom, das etwas größere. Zack. Schon können wir uns nach hierhin ausbauen. Und auch natürlich noch nach hierhin. Also zumindest einen nach hierhin. Wir brauchen zwar fünf Metall, haben nur vier oder drei. Aber eigentlich brauchen wir sechs. Das sollte kein Problem sein. Wir haben hier noch ein bisschen was drinne. An Rohmetall, also Erz. Das sollten wir hinkriegen. Da seht ihr, die Sonne ist voll da. Wir produzieren eigentlich recht gut Strom. Jetzt nimmt die Sonne langsam ab. Es geht in die Nacht über. Aber... Na komm. Schade. Ist nicht mehr voll gegangen, weil die hier ja schon fast voll ist. Wäre das jetzt gar nicht so wild gewesen. Aber jetzt brauchen wir halt wirklich 97 Strom. Deswegen geht das auch recht schnell runter. Aber ihr seht ja auch, wenn wir den ganzen Tag komplett Strom haben, dann kriegen wir auch 100 hier drauf und machen damit mal eben zwei Batterien voll und ein bisschen hier noch rein. Waren da drei drinne? Ne, zwei. Gut. So ist das halt hier. Oh, zweimal haben wir noch hier drinne. Sehr schön. Exzellent. Gut. Der muss gleich repariert werden. Gut. Exzellent. Okay. Exz... Gut. Okay. Und Exzellent. Okay. Mich wundert, dass die hier sich nicht abnutzen, weil die die ganze Zeit von Stromschlägen eigentlich getroffen werden. Aber okay. Wir müssen ja nicht alles verstehen. So Händler kommen gar nicht mehr hin. Wie sieht es überhaupt aus mit unserer Moral? Die ist gut. Das freut mich. Wir haben 40 Ansehen. Das ist auch nicht schlecht. Wie sieht es mit der Tabelle aus? Essen geht die ganze Zeit nach oben. Das freut mich. Fleisch und mal warme Mahlzeiten geht nach unten. Okay. Das ist natürlich nicht so erfreulich. Das Netz. Wasser sieht super aus. Sauerstoff sieht super aus. Strom. Naja. Könnte besser sein. Aber wir können halt 37.500 speichern. Ja, du hast... Ne. Ach. Da war er. Okay. Landerlaubnis nur für Händler. Ist ja klar. Besucher. Naja. Müssen wir nicht unbedingt drauf machen. Alarmzustand haben wir keinen. Herstellungsgrenze 20.500. Passt. Hier haben wir noch gar nichts. Patentmäßig. Und hier haben wir schon wenigstens drei Stück. Ne. Überleben, Expansion und Auto-A-Ki. Ah ja. Okay. Das heißt also, dass wir uns wahrscheinlich selbst verpflegen können. Oder die Basis eben am Laufen halten können. So. Zweiter Energiespeicher gleich leer. Der dritte wird gleich angefressen. Aber es fängt auch schon wieder an zu regnen. Natürlich. Wieso eigentlich immer? Dann? Ja okay. Jetzt ist wieder ein bisschen Energie da. Bisschen viel. Aber jetzt hat mir nicht mal wieder der da hinten einen Einschlag gekriegt. Der hat ja die ganze Zeit gar nichts gebracht. Nur der hier. Wahrscheinlich überlegen, ob ich hier nicht noch zwei Stück instelle. Könnten wir eigentlich nach hier hin machen. Das wäre eigentlich eine Idee. Dann wäre das hier hinten auch abgedeckt. Weil hier hinten, die sind halt gar nicht eingeschützt. Da vorne. Die drei Gebäude. Der ist jetzt nicht so wichtig. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil hier haben wir ja Strom. Das hier ist auch nicht so wild. Zumindest noch nicht. Das hier wäre schon echt eine Katastrophe. Weil das unsere einzige Krankenstation ist. Ja wäre eine Idee auf jeden Fall. Ach wieder falsch hier. Wir können hier nur den kleinen hinbauen. Okay. Dann bauen wir natürlich den kleinen hier hin. Zur Absicherung einfach nur. Und vielleicht wie gesagt. Der produziert ja auch ein bisschen Strom. Dann 2500 glaube ich oder so. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Kann man so gar nicht sehen. Kann man es so sehen? Ne. Nicht wirklich. Schade. Da kann man es auch nicht sehen. Okay. Das wird sich dann gleich noch zeigen. Ich nehme mal an, dass der einfach die Hälfte von dem hier herstellt. So. Jetzt haben wir hier zwei Leute drinne. Die total unnütz rumstehen wahrscheinlich. Da drinne. So. Wie schaut es aus mit der Trübung? Die Trübung geht glaube ich schon wieder zurück. Ja. Wunderbar. Wir haben Mitte des Tages fast. Das heißt wir kriegen jetzt gleich wieder ein bisschen mehr Strom. Die ist voll. Gut. Zwei müssen mindestens voll sein immer. So. Die hier ist auch recht voll. Also können wir sagen die beiden sind voll. Und der ist halt die Notreserve. Ne. Kann man jetzt immer so und so sehen. So. Ihr produziert hier fleißig. Das finde ich super. Ersatzteile. Ja. Der blöd Männer. Trübung. Ist noch nicht ganz weg zur Hälfte des Tages. Aber die nehmen. Boah. Guck mal. Die drei zusammen nehmen jetzt schon 150 Strom ein. Wenn jetzt die Windräder noch weiter blasen. Also der Wind noch weiter bläst. Dass man hier auch fast die volle Energie einnimmt. Bin ich zufrieden. Und zack. Der hier ist auch voll. Und damit ist der dann jetzt auch gleich voll. Und dann haben wir drei volle Energiespeicher. Das ist doch mal wunderbar. Wenn man jetzt sagen könnte. Alles klar. Ihr geht jetzt mal aus. Das wäre schön. Kann man das eigentlich bei denen hier? Tatsächlich. Und bei denen auch. Tatsächlich. Bleibt instant stehen. Habt ihr das gesehen? Instant stehen geblieben. Hammer. Gut Leute. Nichtsdestotrotz sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. Das hier ist fast fertig. Fehlt nur noch zweimal Metall. Einmal Plastik. Dann können wir das ja bauen. Und noch dreimal Metall hier. Haben wir aber alles hier eigentlich in unseren Prozessoren. Tja. Ich sag mal. Ich bin raus. Euer Nexus.